Sat.1 und RTL trauen gemeinsam um Jan Han, wir alle haben einen großen verloren. Die überraschende Meldung vom Tod des RTL-Moderators Jan Han, 47, kam für Kollegen und Fans wie ein Schock. Der 47-Jährige war seit 2017 als Gesicht der RTL-Morgensendung zu sehen. Über zehn Jahre hostete er vorher das Frühstücksfernsehen beim Sender Sat. Erste und auch dort trauen die Kollegen um den plötzlichen Verlust. Jan Hans ehemalige KOM-Moderatorin Marlene Luffen, 50, teilte ihre Trauer in einer emotionalen Videobotschaft und auch während der Sendung am Montag, 10. Mai, erinnert sich das Team noch einmal gemeinsam an die schönsten Augenblicke mit ihrem Kollegen im Video. Und noch etwas wird deutlich, Konkurrenzgedanken zwischen den beiden TV-Sendern sind angesichts solcher Schicksalsschläge komplett vergessen. Wir alle haben einen großen verloren und fühlen dasselbe, sagt Susanna Uhln, RTL-Moderatorin von Guten Morgen Deutschland. Susanna Uhlny, electe im Bitware Mgis, Wiers, Bäm, Baim, Gip, C.A.K.Y. Selunian Hanian hat beide Sendungen mit seinem Humor, seiner Leidenschaft, Kreativität und liebenswerten Art beschenkt und verbunden. In seinem Kopf gab es keine Grenzen, kein geht nicht, kein die oder wir. Es gab nur Kollegen und Freunde, so Susanne Arbeiter. Und genau die sind wie eine Familie zusammengekommen, um Danke zu sagen. Ich glaube, dass das ein nie dagewesenes Zeichen ist, ein Moment, der TV-Geschichte geschrieben hat. Und genau das passt zu Jan, denn das war seine Liga. Ich glaube, es war ein Traum von ihm, der ihn sehr glücklich gemacht hätte, erklärt Susanne Ohlen, die Guten Morgen Deutschland gemeinsam mit Jan Hahn moderierte. Und das ist, was ich als Freundin möchte. Malene Lufen THC-T-La-NHNG-T-H-N-E-B-C-H-K-Wa-N-T-R-N-T-R-N-H-C-A-Y-N-K-N-N-G-I-N-O-N-50-T-U-C-M-N-G-R-I-N-C-M-T TNG-T-P-C-A-Y-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T-R-N-T- Hin an HY-Fuckung HNH-Fuck. Bei NGII-Rohan Daniel Boschmann CNG KNG ISHP Tag Neo, KGNGNGIP RTL an NT-Kombek THCS, THCS to it wie. An HY-NHNCMT LITI BIT RT-TRANG TRNG MA AN HY-XNG NG QC. An HY-NHNCMT LITI BIT RTL